Ja, der Titel meiner heutigen Predigt ist Beherrsche deine Zunge. Beherrsche deine Zunge. Wir haben gerade Jakobus Kapitel 3 gelesen und das ist ein sehr wichtiges Thema für uns als Christen, weil wir jeden Tag damit zum Kämpfen haben, zu überlegen, okay, welches Wort sollte ich lieber nicht sagen oder welches sollte ich vielleicht sagen. Das ist sehr wichtig für uns Christen, weil, warum? Weil wir immer wieder Dinge sagen, die wir nicht sagen sollten, oder? Wir alle haben hier und da mal was gesagt, was vielleicht verletzend ist, was vielleicht nicht erbauend ist und vielleicht hast du ein Zornproblem mit deiner Familie ab und zu mal, vielleicht hast du irgendwelche Streitigkeiten. Vielleicht schaffst du es einfach, kein einziges freundliches Wort über deine Zunge zu bringen und das sollte natürlich nicht so sein. Vielleicht beleidigst du auch irgendwelche Geschwister die ganze Zeit. Vielleicht hast du eine Angewohnheit und sagst die ganze Zeit irgendwelche schlechte Dinge gegenüber deinen Geschwister. Das kann auch sein, das gibt es auch ab und zu mal. Also ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Eine sehr schlechte. Die Bibel sagt, und wir haben gelesen in Jakobus Kapitel 3, Vers 7, lesen wir Jakobus Kapitel 3, Vers 7, Hier steht, denn jeder Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige, übel, volltödlichen Giftes. Die schlechte Nachricht ist, dass kein Mensch die Zunge bändigen kann. Ist es nicht das, was in der Bibel steht? Niemand kann das, kein Mensch kann das. Wir können vielleicht die Tiere beherrschen, wir können vielleicht über die Tiere herrschen, sie führen und leiten, Pferde, vielleicht Esel und so weiter und so fort, aber wir können nicht die Zunge beherrschen. Das ist eine sehr schlechte Nachricht. Das ist keine gute Nachricht. Aber weißt du, es ist schon möglich, aber nicht menschlich gesehen, die Zunge zu beherrschen. Jetzt wirst du mich fragen, wie? Wie soll ich die Zunge beherrschen, wenn doch steht, man kann sie nicht beherrschen. Die Bibel sagt in Markus Kapitel 9, Vers 23, Jesus aber sprach zu ihm, ihr müsst jetzt nicht aufschlagen, wir schlagen dann, schlagt Philippa Kapitel 4, 13 auf. Ich lese mittlerweile von Markus 9, 23. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Das heißt, die Bibel sagt, es ist alles möglich für den, der glaubt, auch die Zunge zu beherrschen. Mit dem Glauben ist es möglich. Wenn du ein gläubiger Christ bist, wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, kannst du deine Zunge beherrschen. Das ist möglich. Im Philippa Kapitel 4, Vers 13 sagt Paulus, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Das heißt, die schlechte Nachricht ist, niemand, kein Mensch ohne Gott, ohne Glauben, ohne Heiligen Geist, kann seine Zunge beherrschen. Aber die gute Nachricht ist, wenn du gerettet bist, wenn du den Heiligen Geist hast, kannst du das trotzdem schaffen, weil du vermagst alles, wenn Christus in dir ist, der dich stark macht. Also Gott kann deine Zunge sehr wohl beherrschen. Es ist möglich. Und ich möchte deswegen kurz darauf eingehen. Und weißt du, wenn du ein Mensch bist, der nicht gläubig ist, dann ist das nicht möglich. Du kannst es einfach nicht schaffen. Und ich möchte einfach ein kurzes Beispiel geben. Es ist vielleicht nicht direkt mit der Zunge was zu tun, aber als ich noch unglaublich war, als ich noch nicht gerettet war, da habe ich ständig auf dem Handy irgendwelche komischen Videos gesehen auf YouTube. Zeitverschwendung eigentlich, nicht den ganzen Tag. Ich habe versucht, das irgendwie wegzubringen. Sagen Sie diese ganzen lustigen Videos und Dokumentationen über sinnlose Dinge eigentlich. Nichts gegen Dokumentationen, aber ich habe das wirklich übertrieben, glaube ich. Und ich habe versucht, das irgendwie abzustellen. Habe versucht, aufzuhören, das Handy auszuschalten. Auf Flugmodus und versteckt irgendwo, es ist mir weggeschmissen, keine Ahnung, hat nicht funktioniert. Weißt du, was ich noch gemacht habe? Ich habe das Handy zerlegt. Ich habe es aufgemacht. Ich dachte mir, wenn ich nur dieses WLAN-Modul finde und zerstören kann, dann kann ich nicht mehr ins Internet kommen. Habe dann im Internet geschaut, auf der Anleitung, wo ist das WLAN-Modul, wie schaut das aus ungefähr. Habe es dann gefunden. Das war Samsung Galaxy S2 damals, war das noch sehr leicht zu finden. Und das waren ein paar Widerstände, ein paar Kondensatoren und so weiter. Ein Chip war noch dabei. Und ich habe dann mit dem Schraubenzieher das einfach weggekratzt. Alles weg. Und habe dann gehofft, dass das Handy noch funktioniert natürlich. Damals hatte ich noch keine SIM-Karte mit Internet. Also war das ein guter Weg, um das Internet loszuwerden. Weil ich einfach süchtig war nach YouTube-Videos schauen. Stundenlang damit verbracht. Und habe wieder eingeschalten. Sag ich, ja, es funktioniert. Ich habe kein Internet mehr. Weißt du, wenn ich es ausgehalten habe? Ein Tag, zwei Tage. Weißt du, was danach passiert ist? Ich habe meinen Vater gefragt, ob ich mir das Handy ausbauen kann von ihm. Das Samsung Galaxy S3. Weißt du, was ich mit dem Samsung Galaxy S3 gemacht habe? Ich habe es aufgeschraubt. Er sagt, ich will an den Blutzer kratzt. Genauso wie das Samsung Galaxy S2 von meinem Vater. Jetzt ist die Zeit wahrscheinlich, mich zu entschuldigen dafür. Aber der Punkt ist der. Ich habe es danach zurückgegeben meinem Vater. Er sagt, es funktioniert nicht mehr. Ich habe ein neues Handy gekauft. Das HONO 8 oder ich weiß nicht, wie das heißt. Und ich habe es einfach nicht geschafft, dass ich das unter Kontrolle bringe. Ohne Heiligen Geist, ohne Gott an deiner Seite, werden dir gewisse Dinge schwerfallen, dass du sie umsetzt. Und das möchte ich auch auf die Zunge zurückbringen, dieses Beispiel. In der Welt ist das nicht möglich. Ich möchte zu meinem ersten Punkt kommen. Die Zunge kann deinen ganzen Leib lenken. Du kannst dafür sorgen, dass du aufgrund deiner Wortwahl, aufgrund deines, das was in deinem Mund sozusagen herauskommt, kannst du deinen gesamten Leib in eine gewisse Richtung führen. Schauen wir uns das an. In Jakobus Kapitel 3, Vers 3 sagt die Bibel, Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen. Und so lenken wir ihren ganzen Leib. Und er vergleicht das hier mit der Zunge. Er sagt, die Pferde, um sie zu führen, denen muss man so einen Zaum umlegen, nicht? Und da gibt es verschiedene Arten von Zäumen, möchte ich jetzt nicht darauf eingehen. Aber dieses kleine Ding sorgt dafür, dass der gesamte Leib, das gesamte Pferd geführt wird. Je nachdem, welche Richtung sozusagen der Führer es hinführt. Und es ist genauso mit der Zunge. Wenn du lernst, deine Zunge zu kontrollieren, welche Worte du auf deiner Zunge sozusagen loswirst, wirst du dafür sorgen, dass dein gesamter Körper in die richtige Richtung geht. Jetzt wirst du mich fragen, was bedeutet das überhaupt? Welche Richtung, was für ein Körper, nicht? Ich meine, ich zeige dir noch ein paar Beispiele. In Vers 4 sagt er nämlich, Siehe auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Weißt du, wie klein ein Steuerruder ist? Das ist vielleicht nicht einmal ein Prozent von der Größe zum Schiff. Ein Prozent. Meistens auch viel geringer. Es ist sehr klein und es steuert das gesamte Schiff und sagt, wo es hingeht. Nach links oder nach rechts oder geradeaus oder sonst wo. Das heißt, es braucht dieses kleine Ding, um das Schiff zu steuern. Es braucht diesen Zaum, um das Pferd in die richtige Richtung zu lenken. Und es braucht die Zunge, um unseren Körper sozusagen zum Knecht zu machen und dorthin zu bringen, dass es Gott dient. Jetzt wirst du mich fragen, wie kann ich meine Zunge kontrollieren? Du hast mir das noch nicht verraten. Okay, ich habe es noch nicht verraten, aber weißt du was? Spiel es jetzt deine Ahnung. Ich werde es dir jetzt verraten. Wie kannst du deine Zunge kontrollieren? Pass auf. Es ist nichts automatisch. Du wirst nicht eines Tages aufwachen und auf einmal die richtigen Worte sagen. Du wirst nicht eines Tages aufwachen und so wie die Kalvinisten uns einreden wollen, und es wird alles automatisch schön sein, was du sagst. Automatisch wirst du Segen gewinnen gehen. Automatisch wirst du deinen Eltern höflich sozusagen entgegenkommen. Das wird nicht automatisch passieren. Was kann dir helfen? Drei Punkte. Lies die Bibel laut. Lies die Bibel laut. Du wirst mich fragen, warum? Wie funktioniert das dann? Na, wenn du die Bibel laut liest, denkst du nicht, dass die Worte, die du da in den Mund nimmst und sie dann gleichzeitig auch wieder hörst, dass das keinen Einfluss hat auf dich? Denkst du nicht, dass es einen Unterschied macht? Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel viel raubst, wenn du ein Dieb bist und du kommst zum Glauben und du willst wegkommen davon, vom Diebstahl. Und du liest jetzt Exodus 20, 15. Da steht nämlich, du sollst nicht stehlen. Und du liest es hundertmal am Tag. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht stehlen. Denkst du, das bleibt ohne Wirkung, wenn du Gottes Wort den ganzen Tag rezitierst? Das wird eine immense Wirkung auf dein Handeln sozusagen haben. Zumindest ist es jetzt in deinem Kopf drinnen. Und wenn du nochmal Diebstahl begehst, wirst du sofort dran denken, du sollst nicht stehlen. Ich sollte das eigentlich gar nicht. Allein dadurch, dass du laut gelesen hast oder Bibelverse auswendig gelernt hast und ständig rezitierst, wird dafür sorgen, dass du nicht automatisch, aber dadurch, dass du das gemacht hast, in die richtige Richtung gehst. Der zweite Punkt, wir haben gesagt, lies die Bibel laut. Der zweite Punkt ist, spiel und sing dem Herrn laut. Sing Loblieder. Sing Hymnen laut. Und weißt du, du kannst jeden Tag eine Hymne singen, oder? Ist das zu viel verlangt? Jetzt wirst du mir vielleicht sagen, ich kann nicht singen. Versuch es einfach. Gib dein Bestes. Ich glaube, der Herr freut sich auch, wenn du es zumindest versuchst. Vielleicht triffst du die Töne nicht, aber glaub mir, wenn du das oft genug machst, wird dein Gesang besser. So ist mein Gesang besser geworden. Am Anfang dachte ich mir, mein Gott, das ist ein horribler, ich weiß nicht, was da rauskommt. Irgendwelche Töne vor sieben, acht Jahren. Ich versuchte, irgendwas zu singen. Meine Eltern oder meine Geschwister, ich glaube nicht, dass sie dich gefreut haben, was ich das gehört habe. Also das war eher mehr eine Qual, eine Tortur für die. Die haben mich ausgehalten, geduldet. Aber mittlerweile, glaube ich, treffe ich ein paar Töner mehr, habe ich das Gefühl. Ich weiß, vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht werde ich mich ausbessern nachher. Aber sing und spiel dem Herrn laut. Sing zumindest eine Hymne am Tag. Das wird dein Leben verändern. Und dann glaubst du, schau, was ist die Alternative? Du singst keine Hymne, aber du hörst ständig diese komischen, gottlosen Lieder im Supermarkt und das ist ständig in deinem Kopf und auf einmal fangst du an, dieser Musik nachzusingen. Weiß ich, was da für Musik geht. Ich weiß nicht, wie die Leute alle heißen. Oder Lady, wie heißt die, Maba oder Gaga oder wie gesagt. Da spielt sie ja überall. Das ist ja krank, komisch, diese Worte, die sie da wählt. Das ist unaushaltbar. Du gehst irgendwo essen da draußen. Ich zahl doch für mein Essen. Wieso muss ich das anhören? Wieso musst du dir das aufdrehen so laut? Oder du gehst zum Fitnessstudio und trainierst. Musik ist leiser und um 17 Uhr auf einmal dreht er den Lautsprecher auf. Ich sage, wieso? Das war doch eh leise. Das war schön. Lass mich trainieren. Aber das ist die Alternative. Aber wenn du jeden Tag eine Hymne singst, oder zwei, oder drei, das dauert vielleicht fünf, sechs, sieben Minuten, mehr braucht es nicht, dann wird es einen Einfluss auf dich haben. Du wirst diese Worte, die du da singst, dir besser merken. Es wird dich in die richtige Richtung lenken. Und ein kleiner Vorschlag von mir. Wenn du doch nie Sehengewinnen warst, wahrscheinlich war jetzt bei uns schon jeder mal Sehengewinnen, aber wenn du dir schwer tust, Sehengewinnen zu gehen, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dann sing das Lied, muss ich gehen mit leeren Händen. Muss ich gehen mit leeren Händen, muss ich so vor Jesus stehen, oder? Wenn du das zehnmal am Tag singst und du gehst nicht Sehengewinnen, dann wirst du dich schämen. Wieso sagen, ich werde vor Jesus stehen und zwar ohne nichts, ja? Ich will das eigentlich gar nicht. Dann wirst du drauf kommen, hey, eigentlich will ich Menschen retten, ich will Menschen zum Herrn führen und dann gehst du auf einmal Sehengewinnen, weil du zehnmal am Tag dieses Lied singst, für eine Woche von mir aus. Du kannst dir eine Woche bestimmen und sagen, okay, diese Woche singe ich dieses Lied zehnmal am Tag, weil ich ein schlechter Sehengewinner bin und dann machst du es auf einmal. Glaub mir, das funktioniert. Der dritte Punkt ist, wir haben gesagt, lies die Bibel laut, rezitier sie, lerne am besten Bibelvers auswendig, singe und spiele dem Herrn laut. Und der dritte Punkt ist, bete zu Gott laut. Bete mit deinen Worten zu Gott. Glaub mir, das ist viel mächtiger, als dass du es nur in deinem Herzen betest. Ja, Gott hört auch Gebeten im Herzen, aber Gott wird es viel mehr segnen, wenn du das laut machst, weil er will, dass du mit ihm redest. Schau, wenn ich mit meiner Frau rede, auch wenn sie weiß, was ich ihr sagen werde, will sie es trotzdem hören, oder? Sie will es doch trotzdem hören. Ist doch klar. Aber wenn ich sie anschaue und einfach nur anschaue, du weißt, was ich meine, oder? Dann ist es ein bisschen komisch, oder? Da kommt nicht drüber, die Message. Das ist nicht wirklich so stark. Gott will also mit ihm reden, mit ihm laut reden und auch Bibelverse ihm zurückschicken, sozusagen. Gott, hast du nicht gesagt? Steht nicht in deinem Wort. Herr, hilf mir bitte, weil dies und das. Und dann nimmst du Gottes Wort genauso in den Mund. Das wird dich genauso in die richtige Richtung lenken. Und Gott wird auch deine Gebete hören. Schau, die Bibel sagt, im Philippa Kapitel 4, Vers 6, schlagen wir Philippa Kapitel 4, Vers 6 auch. Ich habe jetzt leider keine Bibel da. Soll ich vielleicht mir eine Bibel ausbauen? Danke sehr. Philippa Kapitel 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst doch Gebet und flehen mit Danksagung eurer Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das heißt, wenn du Gott Dank sagst, wenn du zu ihm flehst, wenn du zu ihm betest, dann kommt auf einmal automatisch der Friede Gottes in dein Herz, der niemand versteht, der allen Verstand übersteigt und wird dir Frieden schenken. Das heißt, bete zu Gott laut und schau mir, wenn du zwei, drei, viermal vielleicht am Tag zu Gott betest, wenn du zwei Lieder am Tag singst, wenn du vielleicht 20 Minuten die Bibel rezitierst, Bibelverse aufsagst, Bibel liest eine Stunde oder zwei Stunden, wo bleibt dann noch die Zeit für Böses tun, frage ich mich. Du hast schon so viel Input, du hast schon so viel Gottes Wort, du hast schon so viel gesungen, du hast schon so viel dem Herrn die Ehre gegeben. Denkst du, das wird ohne Einfluss bleiben in deinem Leben? Keinesfalls. Es wird dich in die richtige Richtung lenken. Und so haben wir gesagt, nur weil wir unseren Leib dazu dann bezwingen können, das Richtige zu tun, heißt das nicht, dass automatisch andere Menschen dann auch davon mitgenommen sind. Geht dir ein Beispiel, wenn du verheiratet bist und eine Frau hast und sagen wir, deine Frau macht das, sie singt dem Herrn, sie rezitiert Bibelverse, sie verbringt ihre Zeit mit Gott, aber der Mann macht das nicht, dann heißt es nicht, dass der Mann automatisch mit der Frau mitzieht, sozusagen, oh, das ist ein Vorbild, ich mache das auch automatisch dann, ich habe auch denselben Segen. Das heißt es nicht. Es ist nicht so, dass das überschwappt, dass wenn einer das macht, dass der andere auch automatisch mitmachen. Das ist natürlich nicht gesagt. Das heißt, jeder muss sich die Zeit nehmen, wenn er das sozusagen, diesen Segen für sich haben möchte, wenn er seine Zunge kontrollieren will, wenn er die richtigen Dinge tun will im Leben. Das muss dann jeder für sich machen. Das ist nicht automatisch. Weißt du, es gibt ein großes Problem, wenn du das nicht machst. Es gibt ein sehr großes Problem, weil, pass auf, die Zunge kann einen enormen Schaden anrichten. Einen riesengroßen irreversiblen Schaden anrichten, der nicht rückgängig zu machen ist. Was meine ich damit? Im Jakobus Kapitel 3, Vers 5 sagt der Jakobus, siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an? Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Was sagt er hier? Es reicht doch aus, ein kleines Streichholz unter Feuer zu setzen, oder? Wisst ihr, was ein Streichholz ist? Das ist das selbe Wort. Okay. Einfach ein Streichholz unter Brand zu setzen, in den Wald zu schmeißen und der ganze Wald steht in Flammen. Schutt und Asche. Oder? So ein kleines Feuerchen und alles brennt. Du hast alles kaputt gemacht. Du hast alles zerstört. Ein Riesenschaden angerichtet. Was für ein kleiner Brand. Weißt du, so auch die Zunge, wenn sie ohne Zaum ist. Wenn du keinen Zaum hast, wenn du nicht deine Worte kontrollierst, wirst du Menschen schaden damit. Du wirst Menschen schaden. Du wirst dich damit schaden. Du wirst deine Familie damit schaden. Du wirst deine Brüder in Christus damit schaden, wenn du keinen Zaum hast. Schau, wenn du nichts anderes besser zu tun hast im Leben, als Lügen, als Lästern, als Verleumden und als Fluchen, dann wirst du dein ganzes Leben damit verderben. Du wirst es wortwörtlich verderben. Was heißt das? Vor allem, ich gebe dir ein Beispiel, wenn ein Bruder, wenn dein Bruder in Christus dich verleumdet oder gegen dich lästert, weil du meine Bibelwehr sendest, wie kannst du mir das senden? Du richtest mich und dann geht natürlich mit anderen Brüdern und Christen und sagt, schau, das ist ein Blödsinn, was er mir da sendet, schau, das ist lächerlich und was weiß ich was und der ist schlecht und keine Ahnung was und sich lustig über dich macht mit anderen Freunden, Christen und was weiß ich was. Weißt du, wenn du das machst, brauchst du dich nicht zu wundern, dass du damit deine Freundschaft beendet hast, selber beendet hast, selber schuld. Du hast dein eigenes Leben damit verdorben, dein äußeres Bild, weil du gehst da herum und verleumtest irgendwelche Menschen, nur weil sie die Bibelverse schicken. Bist du ein guter Freund dadurch? Bist du jemand, der wirklich freundlich ist, hilfsbereit ist und entgegenkommt, wenn jemand helfen will? Nein, nein, bist du nicht. Wenn du deinen Bruder lästerst, also was heißt lästern überhaupt, soll ich das mal aufklären, was heißt lästern? Lästern bedeutet, dass du hinterruckst, ohne das Wissen der Person, über diese Person mit anderen dich spöttisch äußerst. Spöttisch äußerst. Dich lustig machst. Das heißt, ich treffe mit irgendeinem Typen und sage, hey, hast du gesehen, was der Bruder muss gemacht haben, das ist doch ein Blödsinn, was er gemacht hat, oder? Das ist lästern. Das ist lästern. Das ist ein Beispiel, also nicht persönlich nehmen jetzt da her. Das ist lästern. Das ist nicht in Ordnung. Und weißt du, was du damit bewirkst? Du wirst damit deine Freundschaft zerstören. Das ist nicht etwas, nach dem wir sinnen sollten. Wenn du ein Christ bist und ein Bruder bist, solltest du nicht so wie deine Brüder reden. Ist es nicht das Normalste auf der Welt? Also eigentlich ist es normal, oder? Sollte normal sein, dass wir das nicht machen. Und weißt du, was noch normal ist? Wenn dann derjenige dann sagt, weißt du was, ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich will mit Menschen nicht Umgang haben, die so über mich reden, Hinterrucks. Das heißt nicht, dass er nicht mein Bruder ist, in Christus. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht lieben soll und ihn grüßen soll. Aber das bedeutet, ich möchte keine Zeit mit dir verbringen, wenn du das nicht in Ordnung bringst. Dieser Wandel taugt mir nicht. Ich fühle mich nicht wohl bei dir. Such dir andere Menschen, mit denen du das machst. Weißt du, die Zunge kann deinen ganzen Leib beflecken. In Vers 9 sagt er, Jakobus 3, Vers 9, Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudel doch aus einer Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor. Die Antwort ist nein. Aus einer Quelle sprudelt nichts gleichzeitig Süßes und Bitteres hervor. Also das ist nicht genießbar sonst. Du kannst nicht Bitteres mit Süßem mischen, auf einmal schmeckt es super. Das wird nicht funktionieren, probier es mal aus. Das wird dir grausen davor. Wenn du Bitteres hast, dann wird es in irgendeiner Art und Weise immer noch bitter bleiben. Also ich bin jetzt kein Koch oder so, ich kann jetzt auch nicht hundertprozentig dahinter stehen, aber es ist so, das ist Faktum. Du kannst Bitteres mit Süßem mischen, es ist trotzdem bitter. Es bleibt bitter. Wir sollten einen freundlichen Umgang haben und nicht nur so, dass wir im Gottesdienst oder in der Gemeinschaftszeit schön und nett und freudig sind und danach, wenn der Sonntag vorbei ist und wir in die Arbeitswelt gehen, sind wir dann ganz anders. Spotten wir, machen uns lustig, lästern und tun alle Dinge, die wir eigentlich nicht tun sollten. Und am Sonntag kommen wir zusammen und da ist es schön, gut Eierkuchen, Friede, nicht? Sagen, hey Bruder, wie geht's? Und am nächsten Tag, so ein Idiot, ein Trottel, ich hasse, ich hasse, nicht? Was für eine Heuchelei. Sagen, du musst das loswerden, wenn du so eine Einstellung aus dem Herzen, dass du an einem Tag den Bruder ansiehst oder irgendeinen Menschen, von mir aus irgendeinem Menschen, muss eigentlich dein Bruder sein, und du redest schön mit ihm und am nächsten Tag spottest du dann gegen ihn. Was für eine teuflische Art. Ich meine, ist das nicht krank? Und wir müssen nachpassen, dass uns das nicht auch passiert. Ich meine, wir alle haben hier und da mal gelästert, oder? Ich bin hoffentlich nicht der Einzige, der in meiner Vergangenheit schon mal gelästert hat. Also, aber weißt du, wir müssen lernen, das zu unterlassen. Schau, wenn, dann sei einfach ehrlich. Sag ihm jetzt ans Angesicht, ich mag dich nicht. Ja, du bist mir zuwider. Ja, du bist ein komischer Typ. Ja, ich mag deine Haare nicht, dann schneide sie. Ja, du hast lange Haare, du bist eine Frau, wenn du... Willst du ein Mann sein, schneid deine Haare. Sagst ihm ins Gesicht, aber nicht Hinterrucks. Ich meine, ist das so schwer? Lass uns doch einfach ehrlich sein mit den Menschen. Wieso müssen wir alles verstecken? Ja, sagst ihm doch ins Angesicht. Du schaust aus wie eine Frau. Schneid endlich die Haare. Ja, natürlich schön und höflich und freundlich. Ja, ich meine, nicht so in der Predigt jetzt. Weißt du, es gibt einfach zu viele Brüder, die streiten wollen ohne Grund. So, jetzt habe ich die Reinfolge falsch. Und wir müssen aber uns bewusst sein, die Zunge sollte eigentlich Gnade und Heilung bedeuten. Die Zunge sollte Gnade und Heilung bringen statt Tod und Streit. Es gibt einfach zu viele Persönlichkeiten, die heutzutage streiten wollen. Schau, es gibt Menschen, die wirklich Lust haben zu streiten. Sie wollen streiten. Und denkst du, dass du dann deine Zunge unter Kontrolle hast, wenn du ständig nur streiten willst? Denkst du, dass du das erfüllst, was Jakobus hier sagt? Dass du einen Zaum gelegt hast, wenn du ständig immer nur streitest, wegen jeder blöden Kleinigkeit. Wenn ich mir jetzt gar nicht anfange. Aber dann hast du deine Zunge nicht unter Kontrolle. Und du jeden Tag jemanden findest, mit dem du irgendwie irgendwas nicht passt. Irgendwas musst du immer sagen dagegen. Sei es in der Arbeit, bei deinen Arbeitskollegen. Sei es jetzt bei dir zu Hause. Sei es jetzt irgendwo. Du musst immer irgendwas finden, worüber du streiten kannst. Du bist streitsüchtig, aber du bist auf jeden Fall keiner, der seine Zunge im Zaum hält. Wie heißt dieser eine Depp da, dieser Typ, der auf YouTube da gegen mich so ein Video gemacht hat, mit dem Heilverlust. Ich weiß nicht, wie der heißt. Wie? Die Familie ist hier vor. Die Familie ist hier vor. Er hat aber inhaltlich gesehen, es ist leere Luft. Es ist leere Luft. Er wollte nämlich so dastehen, als würde ich sagen, hey, gehen wir Menschen ermorden. Hey, gehen wir Diebstahl begehen. Und dies und das. Und hat es auf die Sekunde geschnitten, wollte es so dastehen, als würde ich das sagen. Ich meine, was für ein Depp. Ja, so ein Dämmlack ist das. Ein Dämmlack, ein Depp, ein Idiot. Wie kann man ein Video so verunstalten, dass man diese Aussage daraus provoziert? Ich verstehe es nicht. Also da muss er schon, mit zwei Augen hat er das wahrscheinlich geschnitten. Mit verdeckten Augen. Er hat dann erklärt im Video, dass das Heilverlierbar ist. Du kannst das Heil verlieren, wenn du Böses tust. Und weißt du, was das Lustige ist? Nicht nur das. Er wollte dann auch debattieren. Er wollte einen Streit anfangen mit seinem Mund, mit irgendwelchen Brüdern. Und weißt du, der Typ ist falsch ausgerichtet. Der hat einen falschen Fokus. Der will irgendwelche Streitigkeiten starten, anstatt dass er sich einmal anstrengt und rausgeht und Sehen gewinnen geht, oder? Ich habe nichts von ihm gehört, dass er Sehen gewinnen geht. Ich habe nichts davon gelesen. Aber weißt du, der will nur debattieren und streiten und ein Publikum aufbauen, dass Menschen im Nachhinein sagen, ja, Amen, Amen, super gut. Aber was ist der Preis? Du bringst Menschen in die Hölle dadurch. Du sagst, sie können ihr Heil verlieren, sie vertrauen auf ihre Werke und werden in der Hölle brennen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das bewirkst du damit. Ich sage dir eins, mit wem du debattieren kannst. Pass auf. Geh vor den Spiegel. Stell dich vor den Spiegel und debattier mit dir selbst. Red mit dir selber. Weil schon eines sage ich dir. Der Grund, wieso du debattieren willst, ist, weil du dir selber unsicher bist in deiner Sache. Du wirst einfach nur die Argumente gewinnen. Und jedem beweisen, dass du Recht hast, aber du bist dir selber unsicher darin. Sonst wirst du nicht debattieren darüber. Wieso solltest du sonst debattieren darüber? Weil du einfach wirst, dass die Menschen sozusagen dir das Ja, du hast Recht sagen. Damit du dir selber sicher bist. Du bist dir selber unsicher. Deswegen wirst du debattieren. Du predigst ein verfluchtes Evangelium. Wenn du sagst, man kann das Heil verlieren. Stell dich vor den Spiegel. Red mit dir selbst. Stell dich vor den Spiegel und sag, ich debattier jetzt mit mir selbst. Ich kann das Heil verlieren. Eigentlich sagt die Bibel, das ist aus Gnade, oder? Sagen wir, ich kann das Heil verlieren. Sagen wir, ich habe doch Recht. Das ist doch als Werksgerechtigkeit. Man kann das Heil verlieren. Du kannst mit dir selber debattieren. Und du wirst dir immer noch so unsicher bleiben danach. Es wird sich nichts ändern. Danach kannst du sagen, wenn du fertig bist mit deiner Debatte, kannst du sagen, ich habe gewonnen. Sagen wir, okay, ich habe gewonnen. Ja, weißt du, was du gewonnen hast? Dein Ticket in die ewige Verdammnis. Das hast du gewonnen durch deine Debatten. Wir haben nicht die Gewohnheit zu streiten, wenn die Bibel uns den Befehl gibt, nicht zu streiten. Weißt du, wir sollten unsere Worte weise wehen. Wir sollten nicht mit unserer Zunge so umgehen, dass wir ständig streiten wollen. Die Bibel sagt in 2. Demotrius 2, Vers 24, ihr müsst das nicht aufschlagen. 2. Demotrius 2, Vers 24, ein Knechtesherrn, aber soll nicht streiten. Ist das ein Befehl oder ist das eine Bitte? Sagt er, hey, ich bitte euch, bitte, bitte, bitte streitet nicht. Tut es nicht und meinet will nicht. Oder sagt er, hey, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten. Punkt. Ende der Diskussion. Kein Streiten. Keine Debatten. Wozu auch? Es ist Zeitverschwendung. Weißt du, wir sollten nicht streiten. Aber weißt du, was wir schon haben sollten? Wir sollten eine heilsame Zunge haben, oder? Wir sollten eine Zunge haben, dass wenn die Menschen es hören, was wir zu sagen haben, dass es sie trifft. Dass sie umkehren. Dass sie Gnade finden in unseren Worten. Die Bibel sagt in Sprüche 15, Vers 4, schlagen wir Sprüche, Kapitel 15 auf. Sprüche 15, Vers 4. Circa in der Mitte der Bibel, nach dem Psalmen. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, ist aber Verkehrtheit an ihr, verwundet sie den Geist. Und drei Kapitel vorher steht in Kapitel 12, Vers 18. Wer unbedacht schwarzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Weißt du, was hier steht ist? Du kannst mit deinen Worten Menschen wirklich verletzen. Wie ein durchbohrendes Schwert. Das ist ziemlich schmerzhaft, oder? Und er vergleicht das mit Worten, die du dann hörst und sie tun weh. Das ist wie ein Schwert, das dich durchbohrt. Das ist gleich schlimm. Es ist nicht schön. Es drückt den Geist nieder. Du wirst verletzt. Ja, geistig verletzt. Muss nicht unbedingt körperlich sein. Vielleicht ist ein körperlicher Schmerz viel weniger ein Schmerz für jemanden. Aber vielleicht, wenn du ihm etwas Schlechtes sagst, dann hast du ihn damit zerstört für sein restliches Leben. Ich habe ein schlechtes Beispiel. Ich wollte es eigentlich nicht ursprünglich nennen, aber ich glaube, das trifft einfach den Nagel auf den Kopf. Das ist ein schlechtes Beispiel. Ich weiß. Schau, wenn deine Frau dich fragt, bin ich fett? Dann, ähm, und du sagst dir, Ja, du bist fett und fetter geht es gar nicht. Du erfüllst die ganze Erdkugel. Ich liebe dich. Weißt du, wenn du so antwortest, ist das vernünftig? Sollten wir so antworten, wenn deine Frau dich fragt, bin ich fett? Ich meine, du hast ja damit, wie ein Schwert, sozusagen, durchbohrt. Das tut weh, wenn du so sagst. Weißt du, natürlich, wir wissen, Esssucht ist eine Sünde. Wir wissen, es ist nicht in Ordnung, dass man sozusagen zu viel, sozusagen, so wandert, wie, wie heißen diese Typen? Ich weiß nicht mehr. Dass du, wie heißt der Typ? Sumorger. Sumorger, genau. Ja, ja, verwandelst, ja. Die stehen nicht dann, das Fett dann schwabbelt und so. Ich meine, da sieht man, ich weiß nicht, ob die esssüchtig sind oder das absichtlich machen. Aber wir wissen, Esssucht ist eine Sünde, aber du kannst es auch anders formulieren, in einer liebvollen Art und Weise, oder? Ich meine, man kann eine Sache immer in Gnade und in Liebe formulieren. Man muss nicht direkt jetzt da, bei dieser Sache direkt sein. Muss man nicht. Man kann auch alles umformulieren. Ich gebe dir ein zweites Beispiel, so ein schlechtes Beispiel, leider ein schlechtes Beispiel, Leute. Wenn deine Eltern dich fragen, ja, sagen wir, deine Eltern sind ungläubig und deine Eltern fragen dich, hey, willst du damit sagen, dass wir in die Hölle gehen? Und du antwortest, ja, ihr geht alle in die Hölle, ihr werdet brennen in der tiefsten Hölle und nie werdet rauskommen! Mit eurer Maria, die es gar nicht gibt! Ihr betet eine andere Maria an und die, die ihr anbetet, ist in der Hölle, die gibt es gar nicht! Geh um! Glaubt an Jesus! Ich glaube, seine Eltern werden sich bekehren. Ganz ehrlich, wortwörtlich, da war ein Bruder, der hat das gemacht. Ich werde dich den Namen nennen, ja. Und der hat mir erzählt, als er gläubig geworden ist, ist er noch rausgekommen und hat ihm gesagt, wenn ihr Maria anbetet, kommt in die Hölle! Die haben sich alle bekehrt, die haben sich alle bekehrt, sagen, was, wie hast du das gemacht, weißt du, wie hast du das gemacht, weißt du? Es gibt die Ausnahme bestätigt die Regeln natürlich, aber das ist nicht der Normalfall. Also wenn du so mit deinen Eltern redest, dann werden sie wahrscheinlich auf Abschläge, hey, Moment einmal, wie sind die Eltern, du wirst dein kleines Genitz... Also so wirst du deine Eltern wahrscheinlich nicht bekehren, außer die Ausnahme natürlich. Versuch einfach, wenn deine Eltern ungläubig sind, ihnen mit Gnade und Wahrheit zu kommen, vielleicht durch deinen Wandel auch, dass du einfach tust, was deine Eltern sagen. Schau, wenn deine Mutter dir sagt, bring den Müll raus und du wirst sie aber bekehren, ja, und sag, wieso soll ich den Müll rausbringen? Wieso? Ich habe doch andere Sachen zu tun, nicht? Wieso nicht? Dann ist das nicht gerade ein gutes Zeugnis, oder? Ich meine, ja, die Eltern schauen ganz genau auf den Wandel, die Eltern schauen, was du tust, was du sagst, was du machst, ja. Also du wirst sie nicht bekehren, erstens einmal, wenn du so mit ihnen redest, du solltest Respekt vor mit deinen Eltern reden, du solltest sie ehren, ja. Das erste Gebot mit Verheißung, sagt die Bibel, wenn du lange leben willst natürlich, wenn du nicht lange leben willst, dann ehre sie nicht, aber wir sollen natürlich unsere Eltern ehren, oder? Ich meine, wir sind uns einig. Amen. Weißt du, die Bibel sagt, in Sprücher 18,21, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Weißt du, Tod und Leben, das sind schon harte Worte, die verwendet werden. Was bedeutet das? Wie schön ist eigentlich, wie viel Freude bringt eine sanfte Antwort, wenn wir mal verfehlen, wenn wir einen Fehler machen, oder? Wenn wir einfach sündigen, stell dir vor, du gehst in eine Gemeinde nicht und du hast, der Pastor hat dir gesagt, bitte mach das. Und was hast du gemacht? Genau das Gegenteil. Und du hast gesündigt. Und du gehst hin und sagst, ich habe alles ruiniert. Das Auto ist zerstört, ich bin dies und das und irgendwas ist jetzt ein Schaden entstanden, Geldschaden, was weiß ich was. Keine Ahnung, was du jetzt ruiniert hast. Ja, egal was. Du hast irgendwas kaputt gemacht, du hast irgendwas nicht so gemacht, wie es der Pastor gesagt hat. Du bist nicht Zehngewinne gegangen vielleicht. Du hast die Checklisten abgehackelt, ohne dass du es wirklich gemacht hast. Keine Ahnung was. Stell dir vor, was du sozusagen für dein Leben passt. Und du kommst dann zum Pastor und der Pastor sagt, du verdammter, du hast alles falsch gemacht. Du geh weg, du geh nach Hause, ich überlege mir, ob ich dir vergeben werde. Das ist nicht gerade, wie ein Pastor antworten soll, oder? Aber was ist, wenn er dir sagt, ja, kein Problem, kann passieren, man macht Fehler. Ist doch eine Freudenbotschaft, wenn du einen Fehler machst und jemand geht mit dir schön um und hat sanfte Worte für dich, hat heilsame Worte für dich. Du wirst natürlich auch daraus lernen. Schon wenn du nicht daraus lernst, okay, das ist eine andere Sache, dann muss man anders damit sozusagen handhaben. Aber wenn du einen großen Fehler machst, wir alle machen Fehler, und der Pastor oder dein Geschäftsführer oder dein Leiter oder was weiß ich was, er bringt dir eine heilsame Zunge, er bringt dir sanfte Worte, das wird dich erbauen. Es wird dir Kraft schenken. Du wirst dadurch geläutert rauskommen, du wirst es besser machen, du wirst motiviert sein, weiterzumachen. Genauso mit den Kindern, oder? Ich meine, unsere Kinder machen viel falsch, viele Fehler. Jede, jede Kind, also jedes Kind macht Fehler. Du wirst kein Kind finden, das alles richtig macht. Das ist nicht normal. Das ist nicht, die Bibel sagt, dass die Torheit im Herzen des Knaben pickt, sozusagen. Von der Jugend auf. Die musst du immer austreiben. Und weißt du, es bringt nichts, wenn du deine Kinder ständig nur anschreist. Was bringt das? Das ist nutzlos. Du bist dann nur zornig die ganze Zeit, ja, und hast kein schönes Leben dadurch, musst ständig nur herumschreien. Mach das endlich! Am zehnten Mal macht das immer noch nicht. Ja, weil du es nicht biblisch machst. Weil du nicht biblisch erziehst. Du musst dein Kind, das ist ja ein anderes Thema natürlich, aber herumschreien löst das Problem nicht. Ich sage nicht, dass Zorn keine Berechtigung hat. Die Bibel sagt, alles hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit. Und so weiter und so fort. Zorn hat natürlich auch seine Berechtigung, wenn er gottgemäß ist. Du kannst auch zornig werden, wenn er gottgemäß ist. Aber dieser Zorn muss gut begründet sein. Aber zornig zu werden, wenn jeder blöden Kleinigkeit ist nicht berechtigt. Es ist nicht berechtigt. Jakobus Kapitel 1, Vers 26. Schlagen wir Jakobus 1, Vers 26 auf. Die Bibel sagt, wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Egal wie fromm du bist, egal wie viel du machst, egal wie viel du von dir preisgibst und so weiter. Wenn du deine Zunge nicht unter Kontrolle hast, ist deine Frömmigkeit wertlos. Es ist wertlos. Es zählt nichts vor Gott. Dein Herz bedrückt dich. Wenn du ständig nur deine Brüder kritisierst, wenn du ständig nur Schlechtes zum Sagen hast, wenn du ständig nur blöd zurückredest, wenn jemand mit dir redet, und du tust so, als wärst du fromm, du tust so, als wärst du der allerbeste Christ, nur weil du zehn Menschen vielleicht errettet hast, wenn überhaupt, ich weiß nicht, ob das dann wirklich der Fall ist oder ob du das nur sagst, dann ist deine Frömmigkeit nichts. Nichts wert. Null. Vergiss es. Wieso sollte Gott dich belohnen oder segnen oder sozusagen die Leitung, sozusagen deinen Weg bahnen, wenn du so tust, als wärst du fromm, aber in Wirklichkeit ist deine Zunge unbändig. Und nicht zu bändigen. Du sagst immer nur Schlechtes. Die Zunge ist nutzvoll, um das Evangelium zu predigen. Die Zunge wird verwendet für das Seelengewinnen. Und ich habe gestern eine Diskussion gehabt, da ist eine Diskussion, einfach nur ein Wortwechsel mit deinem Bruder, gesagt, es ist nicht notwendig, dass wir predigen gehen. Gott wird das schon machen. Du kannst durch das Bibel lesen einfach gerettet werden. Dann habe ich ihn gefragt, wieso gehst du an den Seelengewinnen? Weißt du, wenn es einfach so passiert, schicke ihm eine Bibel per Post, ist doch viel einfacher, oder? Wir können auch einfach zu Hause bleiben, mit Gemeinschaftszeit, so einen Kaffee trinken und Cola und Chips und was weiß ich was, sagen, ich schicke dir die Bibel, hallo, ich schicke dir die Bibel, schon wirfst ihm rüber, nicht, und setz dich dann hin und genieß die Zeit, schön im Garten, die Bienen fliegen herum, nicht. Wieso gehst du Seelengewinnen, wenn es nichts bringt, wenn es nicht notwendig ist? Wieso? Weißt du, weil es notwendig ist, Seelengewinnen zu gehen, wir wissen das. Die Bibel sagt in 1. Korinther 21, sie müssen sich da aufschlagen, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Das bedeutet, Gott hat es gefallen, diejenigen zu retten, die glauben, durch was? Durch die Bibel schmeißen, durch Traktate schmeißen, oder Videos schicken und was weiß ich was? Kann auch einen Beitrag leisten, natürlich, aber hauptsächlich durch die Verkündigung. Durch die Verkündigung, durch Seelengewinnen, durch die Torheit der Verkündigung. Schau, die Menschen schauen uns an und denken, was machen diese Verrückten da? Was machen die? Wir gehen da herum und erzählen, welchen Leuten von Jesus kriegst du und so weiter. Nein, aber genau das hat Gott auserwählt, dieses Werkzeug, dass Menschen gerettet werden. Und es braucht dich, dass du rausgehst mit deinen Füßen und die Freundschaft predigst. Lieblich sind die Füße derer, die die Freundschaft predigen, oder? Amen, oder? Das ist ein Blödsinn. Du brauchst Seelengewinnen. Wenn du nicht rausgehst und predigst, dann passiert es nicht. Das wird nicht passieren. Es ist auch von dir abhängig. Gott verwendet seine Kinder. Durch die Zunge werden Menschen gerettet. Und in Römer 10,9, das ist ein Vers, den wir wieder verwenden beim Seelengewinnen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus aus den Herrn bekennst und deinem Herzen glaubst, dass Gott den ersten Toten aufweckt hat, so wirst du gerettet. Mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Schau, dreimal auszuraten. Je mehr du deine Zunge verwendest, um Menschen das Evangelium zu predigen, je mehr du deine Zunge verwendest, um Jesus zu preisen, je mehr du deine Zunge verwendest, um Bibelverse zu sagen, zu lernen, Bibel zu lesen, je mehr du das machst, desto weniger wirst du in deiner Fleischeslust verharren. Das ist Tatsache. Wenn du es mir nicht glaubst, probier es. Stell es auf die Probe. Ich sage nicht, du sollst mir jetzt blind glauben und alles. Ich meine, es ist eh in der Bibel, wir haben es eh alles gelesen. Probier es doch aus. Probier es doch aus. Plane es dir ein. Morgen in der Früh, wenn du aufstehst. Morgen ist Montag, wo ich es auch jetzt sage, ist ein blödes Beispiel. Du musst aufstehen natürlich, ja. Nächsten freien Tag, wenn du aufstehst, sagst, oder, oder, ach, morgen von mir. Stell es schon in der Früh auf. Sagen, jetzt singe ich ein Loblied. Jetzt bete ich zum Herrn. Jetzt lese ich fünf Kapitel. Probier es aus. Und wenn dein Leib sagt, nein, ich will schlafen. Ich will nicht so früh aufstehen. Dann musst du ihn bezwingen. Du musst den ersten Schritt machen. Du musst den ersten Schritt sozusagen zwanghaft umsetzen, damit es zur Gewohnheit wird. Und dann wird es rennen. Schau, du hast Probleme in der Ehe. Du hast Probleme in der Arbeit. Du hast Probleme in deinem, was weiß ich was, in deiner Rauschsucht, in deinem Rauchen und Alkohol und so weiter. Mit Drogen vielleicht. Dann lerne, deine Zunge zu kontrollieren. Lerne, deinen Mund zu kontrollieren, deine Lippen zu kontrollieren. Predige den Verlorenen und geh Seelen gewinnen. Das ist der erste Schritt. Und das wird dir helfen, von diesen ganzen Süchten loszukommen. Weißt du, du hast all diese Probleme. Du wirst aber, wenn du lernst, mit deinen Worten richtig umzugehen, wegkommen von diesen Problemen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich gebe dir einfach ein Beispiel. Sagen wir, du hast einen Streit. Okay, du hast einen Streit zu Hause. Und von mir aus, deine Frau lehnt sich auf. Sie versucht, sich eben nicht unterzuordnen. Versucht, genau das Gegenteil zu machen, weil sie weiß es besser. Kommt vor. Und du kommst dann daher und schreist sie von ein. Du ungehorsame Frau! Was habe ich noch mit dir, du zänkische Frau? Besser ist es, auf der Ecke des Daches zu leben, als bei dir, weil du zänkisch bist! Hoffentlich kennt sie diesen Bibelvers schon. Ja, da muss ich sie nicht sagen. Aber, weißt du, ich weiß nicht, ob das gerade der richtige Weg ist. Also, ich glaube nicht, dass du sie damit überzeugen wirst. Du wirst einen Streit entfachen. Ja, du wirst Kämpfe entfachen damit. Ja, du musst aber das Feuer mal stilllegen. Du musst mal zur Besinnung kommen. Es bringt nichts, diesen Streit anzufangen. Glaub mir. Es wird nichts bringen. Die Türen werden krachen. Ja, die Felsen werden fliegen. Ja, es bringt nichts. Es wird nicht funktionieren. Aber, was wäre, wenn du ein Wort der Gnade hättest? Sagen, ich verstehe das. Ja, ich verstehe dich. Ich bin zwar nicht deiner Meinung. Aber, und ich bin mir sicher, dass du weißt, dass wir eigentlich Gott gehorsam sein möchten. Und ich bete einfach für dich. Und du machst es jeden Tag. Du machst es ständig. Wenn deine Frau sich auflehnt, du regst dich nicht gleich auf, du haust dich gleich mit irgendwas herum und was weiß ich was, ja? Und ist konfus sozusagen, nicht gegen deine eigene Frau? Weißt du? Sondern du gehst einfach, du sagst einfach, weißt du was, Schatzi? Ich liebe dich und, ja, ich finde das nicht in Ordnung, was du machst. Ich glaube nicht, dass Gott das segnen wird. Und betest einfach für sie. Weißt du, ich glaube, das kommt ein bisschen, weil schau, die Bibel sagt, wenn viel vergeben ist, der liebt auch viel, oder? Ja, glaube mir, wenn du deine Frau ständig vergibst, wenn du ständig die Fehler übersiehst, auch die Dinge trotzdem beim Namen zu nennen, vielleicht am Abend, wenn Zeit ist, nicht vor den Kindern, ja? Schreib rein vor den Kindern, sind meistens sinnlos. Du wirst, die Kinder verstehen das nicht. Okay? Aber du musst natürlich schon sagen, das ist nicht in Ordnung. Sagen, das ist nicht gut, was du da machst. Ja, das ist keine gottgemäße Ehe, wenn du dich ständig auflehnst, aber vielleicht am Abend, wenn Zeit ist, vielleicht in Sanftmut, vielleicht ein schönes Wort und vielleicht mit mehr Gebet. Und wenn du das jeden Tag machst, weißt du, was passieren wird? Der Herr wird ihr Herz verwandeln, hoffentlich. Wenn sie jetzt nicht wirklich 100% auch gegen Gott rebelliert, das wäre nicht gut, dann wird er sie züchtigen. Früher oder später wird Gott deine Frau züchtigen. Vertrau auf den Herrn, er wird es machen. Du bist nicht der Vater deiner Frau. Du musst nicht alles unter Kontrolle bringen. Gott wird sich einmischen. Wenn du Gott sozusagen deine Wege anbefiehlst, wenn du ihm dieses Problem vorlegst, wenn du richtig handelst, wird Gott deine Frau züchtigen. So schlimm das auch sein wird. Ja, es kann schlimm enden. Aber sie wird es lernen dadurch. Wenn sie ein Kind Gottes ist, dann wird sie früher oder später von Gott bestraft, wenn sie wirklich dem Herrn ungehorsam ist. Ja. Die Bibel sagt, jetzt ist es abschließend mit zwei Bibelversen. Also ein paar Tipps vielleicht noch zum Schluss. Also wir haben gesagt zur Wiederholung, lerne deine Zunge zu beherrschen. Wie? Tipp Nummer eins, sing Psalmen. Laut. Tipp Nummer zwei, lies die Bibel. Laut. Tipp Nummer drei, lerne die Bibel auswendig und sage es auf. Laut. Und ich sage jetzt nicht, wenn du in der Uni bist oder sonst wo, wo du dann nicht laut reden kannst, im Zug vielleicht oder in der Schule. Natürlich such dir einfach eine Gelegenheit, dass du das dann nebenbei machst. Tipp Nummer vier, das ist der letzte Tipp. Antworte langsam. Geh ein bisschen zurück vom Pedal. Ich weiß, wir Männer fahren gerne schnell Auto, nicht brrrr und dann durch und was weiß ich was. oder auch nicht. Mir gefällt auf jeden Fall dieser Sound vom Gas nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber weißt du, du musst ein bisschen runter vom Gas. Du musst ein bisschen langsamer fahren. Du musst ein bisschen mehr zuhören. Nicht so schnell antworten. Und die Bibel sagt, in Sprich 10, Vers 19, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Versuch deine Wortanzahl pro Minute zu senken. Das ist ein guter Tipp. Weil sonst rutscht dir irgendwas raus, was du vielleicht nicht hättest sagen sollen. In Sprüche 17, 27, ich müsste es auch nicht aufschlagen. Sprüche 17, 27. Wer seine Worte zurückhält, der besitzt Erkenntnis und wer kühl im Geist es ist, der ist ein weiser Mann. Selbst ein Narr wird für weise gehalten, wenn er schweigt, für verständig, wenn er seine Lippen verschließt. Willst du weise sein? Halte deine Worte zurück. Sei langsam zum Antworten, schnell zum Hören. Ist das nicht so, was der Jakobus auch gesagt hat, in 1. Jakobus 1, Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Weißt du, du bist gut damit beraten, wenn du ständig eine Streitkultur in dir entwickelt hast, dass du mit deiner Wortanzahl pro Minute runtergehst. Hör lieber mehr zu und schau, was das Problem wirklich ist. Manchmal urteilen wir einfach zu schnell. Weißt du? Und das ist auch nicht, das ist kein guter Rat, wenn du dann ständig zu schnell antwortest, dann wirst du sündig antworten, ab und zu mal. Es wird irgendwas rauskommen, was nicht gut ist. Schau, dass du langsam antwortest, mehr zuhörst. Nicht zu viel reden. Nicht zu viel reden. Im letzten Vers, den ich für euch habe, ich sprich 21, 23, dann sehen wir es eh schon. Wer seinen Mund und seine Zunge behütet, der behütet seine Seele vor mancher Not. Weißt du, wenn dir all diese Bibelverse nicht helfen und nicht diese Richtung bahnen sozusagen, dass du motiviert bist, deine Zunge zu kontrollieren, dann weiß ich auch nicht. Aber ich hoffe, ich konnte dich motivieren. Beherrsche deine Zunge. Du wirst aus vielen Problemen rauskommen. In der Arbeit, in der Ehe, mit Freunden, mit Familie. Schau, dass du alles, was du sagst, dass es zur Ehre des Herrn ist. Weil wenn es nicht zur Ehre des Herrn ist, ich meine, sollten wir es eigentlich nicht sagen, oder? Eklat. Ich möchte noch zum Schluss beten. Vater im Himmel, ich danke dir für alle diese Weisheiten mit deinem Wort. Ich bete, Herr, dass du uns bewusst machst, wie wichtig es ist, die richtigen Wörter zu wählen, auf unserem Mund ergehen zu lassen. Ich bete, dass du heute reichlich Veränderung schenkst im Herzen, dass wir das Gehörte auch umsetzen lernen und dass du uns Kraft schenkst, dass wir auch unsere Zunge nur zu deiner Ehre verwenden. Im Namen deines Sohnes Jesus. Amen. Amen.